Science Fiction als Radiospiel In dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher Entwicklungen vorgezeichnet. Militärforschung, das ist die bittere Wahrheit, auf deren Hintergrund eine spannungsreiche Handlung abläuft, Militärforschung wird es wohl noch lange Zeit geben. Und damit Wissenschaftler, die an Projekten arbeiten, deren eigentliche Leiter Militärs sind. In dieser Hinsicht unterscheidet sich wohl heute und in Zukunft keine der Mächte, die zu Gegnern werden können, wesentlich von der anderen. Es müssen sich schon außergewöhnliche Gefahren abzeichnen, damit sich das Abhängigkeitsverhältnis einmal umkehren kann. Aber genau das ist die Situation in unserem folgenden Spiel, dem die Erzählung »Einigkeit macht stark« von Theodor Starchen zugrunde liegt. Walter Knaus hat sich für den Rundfunk eingerichtet. Sprecher der Hauptrollen sind Dieter Borsche und Konrad Georg. Hören Sie, »Der Fremde«. »Ach, Dr. Sotatsu, ich freue mich.« »Mann, ma selle Tivou.« »Bonjour, Dave.« »Hallo, Elaine. Wieder die Letzte.« »Was will er denn von uns?« »Keine Ahnung.« »Und Dr. Sotatsu spielt mal wieder die asiatische Sphinx, was?« »Kann sein.« »Der Chef.« »Na also.« »Ich habe euch warten lassen. Verzeiht bitte.« »Hallo, Chef.« »Gunsch, Herr Schatz.« »Guten Tag, Fatih.« »Ja, guten Tag.« »Maggie, Sie gehen bitte ins Vorzimmer und schreiben uns ab. Telefon anrufen wir in den allerdringendsten Fällen, ja?« »Selbstverständlich, Herr Schatz.« »Hör zu, ich habe heute Mr. Fatih mitgebracht, weil wir endlich soweit sind.« »Das Geheimlabor?« »Ja. Genauer, der Aufzug zum Geheimlabor.« »Der Aufzug ist fertig. Endlich können wir da unten die Arbeit aufnehmen.« »Hier oben im Labor wird das auf die Dauer zu gefährlich.« »Wie schon besprochen, die Labors auf Sohle 1 leite ich, Dr. Sotatsu übernimmt Sohle 2, Elaine Sohle 3, Dave Sohle 4.« »Sämtliche alten Zugänge sind vermauert und zugeschüttet worden. Die einzige Verbindung ist jetzt der Geheimaufzug.« »Eingang dazu nur durch mein Büro.« »Mr. Fatih wird die Freundlichkeit haben, allen das System zu erklären.« »Ja. Der Aufzug...« »Einen Moment noch, Mohammed.« »Ich weiß, es ist überflüssig, meine Freunde, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen, sollte irgendeine politische oder militärische Stelle auch nur ahnen, was wir da unten treiben. Ist unser Leben keinen Cent mehr wert. Und ich muss noch einmal daran erinnern, wer das Unternehmen gefährdet, wird liquidiert. Nennen Sie das meinetwegen Mord, aber entsprechend zu handeln, erwarte ich von jedem von Ihnen, mir oder jedem anderen gegenüber. Wir alle haben es beschworen und ich denke, wir haben es alle ernst gemeint. Das haben wir nur, wenn nicht jeder von uns absolut ernst hat.« »Was soll denn deine Ansprache überhaupt? Du zweifelst doch nicht etwa.« »Nein, Helene, kein Moment. Aber es kann nicht schaden, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, worauf wir uns eingelassen haben.« »Okay, also. Mohammed, Ihre Erklärung, bitte.« »Der Geheimaufzug. Ich darf Sie alle bitten, dort hinüber zu treten.« »Ich schließe zunächst die Türe des Chefbüros. Das löst die erste Sperre.« »Wir alle haben diesen kleinen Wasch- und Duschraum bei unseren Büros.« »Aber der Duschraum von Dr. Simmons hat es in sich.« »Hier, an der rechten Wand, der übliche metallene Seitenbehälter.« »Der hier hat ein verborgenes Scharnier.« »Ich hebe ihn an und drücke auf den darunter verborgenen als Schraube getarnten Knopf.« »Genau, vier Sekunden dann. 21, 22, 23.« »Bitte, abrechnen.« »Maggie würde nicht anrufen, wenn es nicht wirklich dringend wäre.« »Ja, Simmons?« »Anruf vom strategischen Kommando. Planungsstab. Colonel Simmons wünscht Sie dringend zu sprechen.« »Leroy, verhaltet euch ganz still, das Pentagon, mein Bruder.« »Schon?« »Ob es bei denen so schnell gezündet wird?« »Ja, das werden wir gleich wissen. Ist gut, Maggie, verbinden Sie bitte.« »Ja.« »Mitschneiden, Dave. Ich schalte auf Tischlautsprecher um. Und passt alle genau auf.« »Hier, Typhoon. Hallo, Physikalisches Zentrum Orkland West.« »Hier, Dr. Simmons, Zentrum Orkland West.« »Dr. Simmons persönlich, Kennwort?« »Koralle.« »Ich verbinde mit Colonel Simmons.« »Simmons.« »Simmons.« »Norman, wir brauchen dich. Das sei der Rätsel auf der Sache. Es handelt sich um Folgen.« »Zuerst einmal ein gutes neues Jahr, Leroy, was?« »Nee? Ach so, ja. Natürlich, die auch. Aber hör zu. Die Russen haben irgendeine Schweinerei vor. Vorgestern ruft uns ein kanadischer Funkamateur an. Er habe eine überraschende Entdeckung im Jansky-Bereich gemacht. Ein unbeutliches Zwischenvermischte Frequenzen, die irgendwoher aus dem interstellaren Raum stattfand.« »Hör ich richtig? Aus dem interstellaren Raum?« »Naja, das ist natürlich nur irgendeine affinäre Tarnung. Den Kern traue ich alles zu.« »Tarnung, also du, Leroy, das scheint mir aber technisch ausgeschlossen, sowas zu fingieren. Und schließlich ist ein undeutliches Zwischen noch lange Kalt.« »Hör zu, es ist ein Signal. Ein dreimaliges Aufklingen von Tönen. Jeder zwei fünften Sekunden lang. Und mit ebenso langen Pausen dazwischen. Pass auf, hier darf dein Mitschnitt. Kannst du hören?« »Tsch, tsch, tsch« »Äh, ja, das, äh, das klingt ganz merkwürdig.« »Ehm, die Dreiergruppen kamen in regelmäßigen Abständen von fast genau zehn Minuten.« »Wir haben es auch zunächst nicht so ernst genommen. Aber als Kopf darauf als französischer Funkamateur und heute noch ein zweiter Kanadier dasselbe meldeten, kam es die Geschichte spanisch vor.« »Russisch, meinst du, ne?« »Nee? Ach so. Ja, aber das ist doch kein Spaß.« »Oder vielleicht martianisch oder gar andromedanisch.« »Das ist doch was für Witze.« »Ja, aber hast denn du nicht gesagt, die Signale stammten aus dem interstellaren Raum, also im Ernstle-Roll. Wenn das stimmt, was du erzählst, dann kann ich mir keine technische Möglichkeit auf Erden denken, eine solche Sendung aus dem interstellaren Raum zu simulieren. Und eine so deutlich modulierte Sendung aus dem Kosmos, das hieß sie ja, äh, ja, so verdammt es kann doch aber gar nicht möglich sein.« »Du meinst doch nicht. Außerirdische Intelligenz.« »Ja, so albern es klingt, ich sehe faktisch keine andere Erklärung.« »Aber das ist ja... Unsinn. Es darf nicht so sein.« »Charleroi, dürfen. Pass auf, schick mir sofort alle Unterlagen. Ich werde der Sache nachgehen.« »Achtung, was? Wir haben einen guten Überwachungsdienst.« »Offensichtlich.« »Hätte ich nie gedacht, dass die im Pentagonen Weltraumstorys überhaupt in Betracht sehen.« »Ja, das tun sie ja gar nicht.« »Ja, so halb und halb doch. Das ist unser Vorteil.« »Genau. Nun habt ihr also schon einen Eindruck von meinem lieben Bruder Leroy.« »Und er vertraut ihr unbedingt?« »Sicher wäre es anders, wenn ich mich an ihn gehängt hätte. Aber er war es, der wieder Kontakt zu mir suchte.« »Vielleicht sollte ich euch ein mitgeschnittenes Gespräch hören lassen. Danach werdet ihr ihn genau beurteilen können.« »Es war vor acht Wochen, als wir der Kommission zum ersten Mal unser Spionauge vorführten.« »Maggie meldet mir einen Teilnehmer, der zu früh gekommen war. Also, ihr hört jetzt das Band.« »Ja?« »Keine Zins.« »Was?« »Na, sowas. Leroy hat das Haus. Komm herein.« »Danke, Megan.« »Ja, das ist doch aber in den Städten.« »Ja, ganz sicher. Aber komm, setz dich doch.« »Mein Gott, ach, ja.« »Ja.« »Ja.« »Leroy.« »Weißt nicht recht, womit du beginnen sollst, was?« »Was hast du eigentlich in der letzten Zeit nicht mehr?« »Mach nur, das weißt du doch. Angewandte Physik.« »Frage, was tun sie eigentlich, Senior Mischenangelo?« »Antwort, ich mische Farben.« »Nur, das kommt schon.« »Was war nach der Magnetion?« »Ja, nicht viel.« »A paar Dinge, die zu unwichtig sind, um darüber zu reden, und ein paar, die zu wichtig dafür sind.« »Der große Schweiger.« »Hör zu Namen. Wir sind Sicherheitsvorschriften überflüssig. Ganz besonders zwischen uns.« »Meinst du?« »Naja, kann sein.« »Wo bist du denn jetzt überhaupt?« »Offiziell beim Fliegerkorps.« »Und inoffiziell?« »Dir kann ich es ja sagen.« »Tatsächlich bin ich im strategischen Kommando. Besser im geheimen strategischen Kommando.« »Im nächsten Krieg wird man kaum mit halböffentlichen Staatsbesprechungen ausrechten können.« »Das Kommando arbeitet praktisch im Untergrund, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ohne Verzögerung.« »Ohne Verzögerung?« »Was heißt das?« »Ganz einfach. Wir haben unsere Pläne. Fix und fertig.« »Naja, für jeden denkbaren Fall.« »So viele du willst.« »Um nur ein Beispiel zu sagen, wir haben Pläne für den Fall, dass Russland angreift, dass wir Russland angreifen, dass Frankreich Brasilien den Krieg erklärt oder Finnland eine Vorstoß zum Irak macht.« »Kurz.« »Was du willst.« »Und du hast deinen Spaß dran, was?« »Im ganzen Leben hatte ich noch keine so faszinierende Aufgabe.« »Naja, ich meinte nicht die Strategie, Herr Gauding.« »Ich meinte den Krieg.« »Krieg?« »Nun ja, kann sein.« »Moment mal, Norm.« »Du bist doch nicht noch immer der unverbesserliche Idealist, der du warst.« »Weltverbrüderung und all den Quatsch, oder?« »Aber...« »Aber Leroy.« »Schließlich war ich es, der den Ultraschfall zur Trümmerer erfand.« »Ja, richtig, Norm.« »Die wirksamste Handfeuerwaffe der Geschichte zerstört das Innere des Feindes ohne die Haut zu rützen.« »Völlig undlutig.« »Völlig.« »Ja.« »Erzähl weiter vom Kommando.« »Ja.« »Wir machen fantastische Dinge.« »Wir haben nicht nur die offensichtlichen Faktoren eingeplant, wie politische Situation, internationale Krisen, Spannungen und Bündnisse, sondern wir haben vor allem die Entwicklung der Technik unter schärfster Beobachtung gehalten. Nicht nur das alte Zeug, Atomenergie, Düsenbritwerke, biologische Kriegsführung, Laserstahl. Wir befassen uns mit Ausrüstung und Techniken, die noch nicht einmal erfunden worden sind.« »Tonnerweller.« »Äh, zum Beispiel?« »Nun, undurchsträngliche Kraftfelder, Massenerhöhre, Antikavitationen, Gedankenverzerrer.« »Wir haben praktisch alles in Betracht gezogen, was in den letzten 30 Jahren in sämtlichen Science-Fiction-Geschichten vorkam.« »Und haben überlegt, was zu tun sein, wenn irgend so eine Sache plötzlich auftauchte.« »Wir sind gerüstet.« »Uns kann nichts überraschen.« »Also, mit anderen Worten, du besuchst mich nicht als Bruderweber, alter Gangster.« »Auch, mein Dicker.« »Nein, äh, im Ernst, ich gehöre zu der Inspektionsgruppe, die da ein Spion auch absichtigen soll.« »Welch ein Zufall.« »Zufall.« »Aber sag mal, was ist das für ein Ding? Und wie kommt das eigentlich zu dem blumigen Namen?« »Einer unserer Bürohengste war mal beim Werbefunk.« »Das Ding ist ein Spezialinformationsabfanggerät, SPIAC, woraus dieser Esel Spionauge machte.« »Und was es ist, wirst du sehen, wenn du an der Vorführung teilnimmst.« »Ja, wenn ihr bedenkt, dass ich das Spionauge ursprünglich als Postrakete entworfen hatte.« »Aber das sind die Militärs. Für jede Entdeckung fällt Ihnen eine kriegerische Anwendung ein.« »Ich glaube, davon wissen wir ja alle ein Lied zu singen.« »Ach, darf ich gerade tun, wenn du abhören? Ich bin ja erst später zu euch gestoßen und habe nicht miterlebt, wie die Kommission auf das Spionauge reagiert hat.« »Na gut, auch die Szene habe ich aufgenommen.« »Da haben wir das Spionauge im Längsschnitt. Hier das Düsentriebwerk für den Horizontalflug, hier die Schwebetriebwerke. Nummer eins da, zwei dahinter und hier Nummer drei.« »Das ganze Gerät ist natürlich kreiselstabilisiert, hier der Stabilisator.« »Es kann mehrfache Überschallgeschwindigkeit erreichen, aber auch bewegungslos in der Luft hängen, praktisch lautlos.« »Es ist mit den üblichen zielsuchenden Geräten ausgestattet. Bild zwei, bitte.« »Hier im Querschnitt deutlich zu sehen, ein selbstverschlüsselnder Bahnaufzeichner und verschiedene Wellenempfänger hier, hier und da, die auf FM, AM und Radar ansprechen.« »Das Spionauge reagiert also nur auf Funkfeld?« »Keineswegs, nein, nein. Man könnte es auf Laserstrahlen, auf Infrarotstrahlung umstellen oder auf radioaktive Strahlung oder sogar auf bloßen Schatten. Auf alles, was strahlt oder vibriert. Wird ein solches Signal empfangen, dann peilt die Spionvorrichtung selbsttätig die Quelle des Signals an, stellt die Fernsehkameras drauf ein und nimmt zugleich mit dem Ton das Bild der Emissionsquelle auf den Film, also zum Beispiel den Sender, das Radargerät, den Hochofen, den Raketenmotor, das Feldfunkgerät, den Kernreaktor, was immer wir wollen.« »Ein großartiges Werkzeug für unsere Zwecke.« »Sollte sofort in Serienproduktion gehen?« »Ja, auch meine Meinung. Was denken Sie, Herr General?« »Unbedingt, unbedingt. Massenproduktion.« »Man könnte die ganze Erde damit unter Kontrolle halten.« »Das könnte man, ja. Wir haben eine praktische Vorführung vorbereitet. Ein Spionauge ist startbereit. Hier die Kommandotafel. Ich gebe Startbefehl.« »So, das war alles. Das Auge schwebt jetzt über dem Hangar.« »Kann man das auch sehen?« »Ja, da draußen.« »Nun müssen wir ihm ein Zielobjekt anbieten. Sie sehen diese nummerierten Mikrofone. Jedes davon ist mit einem anderen Sender verbunden. Bild 3, bitte.« »Hier eine Lageskizze der Sender, alle in der näheren Umgebung. Jeder der Sender wurde von uns mit einem Schild gekennzeichnet, das den Namen und die jeweils zum betreffenden Mikrofon gehörende Nummer zeigt. Ich darf Sie bitten, meine Herren, irgendwelche Texte in irgendwelche der Mikrofone zu sprechen. Der Text geht dann zum betreffenden Sender über den Sender hinaus. Das Spionauge wird sofort reagieren.« »Wir räubelst du beginnen?« »Sicher. Ich nehme Mikro Nummer 5.« »Gut. Es gehört zu einem AM-Sender in drei Kilometer Entfernung. Sie werden sehen, der Sender ist als Transformatorenstation getarnt. Das Schild mit der Nummer 5 ist auf dem Dach aufgesteckt. Bitte.« »Ja, wie?« »Sprich einfach irgendetwas hinein. In ein paar Sekunden wird das Spionauge den Sender entdeckt haben und dir deinen Text und das Bild des Senders zurückhalten.« »Ja. Also, es ist die Pflicht unseres freien Landes, überall auf Erden Gerechtigkeit und Freiheit durchzusetzen.« »Nicht auf dem Bildschirm.« »Das Auge ihn sucht noch.« »Weiter.« »Und deshalb ist es auf das Recht unseres Landes alles zu tun, was in seiner...« »Da, auf dem Bildschirm.« »Es ist die Pflicht unseres freien Landes, überall auf Erden Gerechtigkeit und Freiheit durchzusetzen.« »Nicht auf dem Bildschirm.« »Das Auge ihn sucht noch weiter.« »Und deshalb ist es auf das Recht unseres Landes alles zu tun, was in seiner...« »Ja, auf dem Bildschirm.« »Nummer 5.« »Im Ernstfall werden wir wohl ohne Nummernschilder auskommen müssen.« »Wir führen jetzt die Suche nach weiteren vorbereiteten Experimentiersendern vor und werden auch die Sender der öffentlichen Gesellschaften anpeilen.« »Also nicht nur die Programme hören, sondern auch beliebige Blicke in die Senderanlagen tun.« »Das sollte Beweis genug dafür sein, dass das Auge auch ein Ziel zum Bombardieren finden kann.« »Sehr gespannt, Doktor. Aber schon jetzt mein Glückwunsch zu dieser Erfindung.« »Hade los! Gratuliere! Wirklich toll!« »Dorn, es ist großartig. Einfach großartig.« »Sag mal, ließe sich das nicht auch mit einem Jagdmechanismus kuppeln?« »Selbstverständlich. Wir können das Instrument durch Leitstrahlen auf bestimmte Ziele lenken und durch Fernkommandos den Angriff ausrüsten.« »Ausrüsten.« »Bart gibt es keine Macht mehr auf der Erde, die man nicht innen weniger Stunden ausschalten kann.« »Keine Macht der Erde.« »Möglich.« »Ja. Du hast allen Grund, zuversichtlich zu sein.« »Das Spionauge war also das Geschenk, das uns das uneingeschränkte Vertrauen des Pentagon eingebracht hat.« »Genau. Nur wir wissen noch mehr über die Einsatzmöglichkeiten als die Lametta-Heinis.« »Und das behalten wir nicht für uns und haben deshalb hier zwei Forschungsprogramme am Hals.« »Wenn die nur Fortschritte zu sehen bekommen, dann zahlen sie noch lange genug für bleibes.« »Und jetzt an die Arbeit. Mohamed, weiter.« »Ja, bitte wieder alle hierher.« »Die Seifenschale.« »Der getarnte Knopf.« »21, 22, 23, 24.« »Ich habe losgelassen.« »Das öffnet die zweite Sperre.« »Jetzt drehe ich den Heißwasserhahn auf, dritte Sperre.« »Schließe ihn wieder.« »Schließe ihn wieder.« »Und die Geheimtür schwingt auf.« »Da, der Spiegel.« »Ja, die Aufzugtüre. Bitte einsteigen.« »Das ist ja fantastisch. Das ist ja direkte Personenhandlung.« »Tja, wie im Kloni.« »Kommt herein.« »Die Türe schließt selbsttätig.« »Und damit haben sich automatisch alle Sperren und Tarnungen hinter uns verriegelt.« »Niemand kann den Eingang mehr entdecken.« »Wir fahren ja schon.« »Ja. Sohle 1 liegt in 30 Meter Tiefe.« »Weiterfahren, Mohammed, bis Sohle 4.« »Jetzt Sohle 2, 42 Meter Tiefe.« »Sohle 3 auf 51 Meter.« »Sohle 4, 60 Meter.« »Sohle 4.« »Doktor Sotatsu, bitte weisen Sie Dave in seine Arbeit ein.« »Kommen Sie mit, Dave.« »Okay.« »Auf Sohle 3, Mohammed.« »Ja.« »Wir werden die Nacht durch zu arbeiten haben.« »Ich wäre nicht überrascht, wenn mein Brüderchen morgen ganz früh hier zur Lagebesprechung erscheint.« »Das wird er mindestens zweimal pro Woche tun bis zum Jahresende. Verlasst euch drauf.« »Doktor Sotatsu, bitte weisen Sie Dave in seine Arbeit ein.« »Doktor Sotatsu, bitte weisen Sie Dave in seine Arbeit ein.« »Ach, Leroy, lässt du dich mal wieder sehen. Deine Besuche sind seltener geworden in den letzten Monaten.« »Konferenzen, Konferenzen. Aber ihr könnt euch ja nicht beklagen über Vernachlässigung.« »Unsere Forschungsmittel fließen jedenfalls wie noch nie. Ich danke dir übrigens. Du drehst ja wohl mit an dem Hahn.« »Grundstück. Sieben Monate lang die geheimnisvolle Signale aus dem Jernski-Bereich, das macht auch den härtesten Finanzminister, Jorba.« »Meißt du, ist beschleunigt unsere Arbeit nicht gerade, dass die Überwachung allein Sache der militärischen Organisation ist.« »Fang nicht wieder davon an, da lässt sich nichts ändern. Sicherheitsvorschriften.« »Ich verstehe. Aber wir müssten besser und schneller informiert werden. Zum Beispiel als im vorigen Monat die Messungen ein auffälliges Ansteigen der Amplitude ergaben, dauerte es vier Tage, bis wir die Diagramme zu sehen bekamen.« »Die Jungs haben ja auch noch die Feindüberwachung.« »Feindüberwachung? Ich denke, euch ist jetzt auch klar, dass wir es mit einem Raumschiff interstellarer Herkunft zu tun haben.« »Ich wollte, wir hätten eindeutige Beweise dafür. Solange wir die nicht haben, müssen wir auch mit Russland als Gegner rechnen. Vor allem, weil die in der gleichen Lage sind. Die erhalten unsere Seite für den Urheber der Bedrohung.« »Und deswegen Rüstung, Rüstung und noch einmal Rüstung auf allen Seiten.« »Fang dich wieder so an. Wir haben Wichtigeres zu besprechen.« »Das dachte ich mir doch, dass du nicht zu mir gekommen bist, um ein Plauderstündchen abzuhalten.« »Deine Nerven möchte ich haben. Seit zweieinhalb Stunden stellt unser Radar fest...« »Zweieinhalb Stunden? Alle Achtung. Und schon werden wir informiert. Also dann muss ja wirklich...« »Die Radarfritzen schwören Stein und Bein, dass seit zweieinhalb Stunden ein sehr großes, unbekanntes Objekt mit unwahrscheinlich hoher Geschwindigkeit die Erde umkreist.« »Kein Satellit, denn es ist eindeutig innerhalb der Rorschengrenze. Muss also Eigenantrieb besitzen.« »Wie groß ungefähr?« »Wenn man dem Radar glauben will, fast einen halben Kilometer lang.« »No, das heißt fast. Habt ihr denn keine Sichtbeobachtung?« »Keine. Das ist ja das Unruhigende. Wir haben Raumjäger darauf angesetzt. Hier wird Bordradars zeigen, dass sie dem Objekt immer wieder zum Greifen nah sind. Das Ding ist riesengroß auf dem Schirm. Aber einfach nichts zu sehen.« »No. Habt ihr die Bahn vermessen?« »Unmöglich. Das Ding ändert seine Richtung von Sekunde zu Sekunde. Und völlig willkürlich. Kein System drin.« »Funkkontakt?« »Keiner. Nur die Jansky-Geräusche. Die allerdings sehr laut.« »Habt ihr wenigstens versucht, Kontakt aufzunehmen?« »Na, wozu das? Wir müssen es vernichten.« »Und wenn es eine Besatzung hat?« »Spielt keine Rolle. Die Welt lacht uns aus, wenn nichts geschieht dagegen.« »Ja. Gut, ich glaube, ich weiß, wie hinter das Geheimnis der Zufallsbahn zu kommen ist. Bereite deine Abfangrakete vor. Du hörst bald Näheres.« »Nur schnell, schnell noch. Ehe es zu spät ist. Reib deine Leute zur Eile an.« »Saubere Arbeit, das muss man sagen.« »Als wenn das Ding Gedanken lesen könnte.« »Nicht ganz perfekt gelaufen. Sekundenbruchteile vor dem Zusammenstoß mit der Abfangerrakete klingt das Ding die Bombe aus.« »Aber bei Gleichzeitigkeit hätte die Abfangerrakete eine Chance gegeben.« »Hätte. Können Sie uns nicht vorzunehmen.« »Soll reinkommen.« »Ja, schon wieder hier, der Woll.« »Guten Morgen, allerseits.« »Guten Morgen.« »Stören dich meine Mitarbeiter? Wir können gerne rüber ins andere Zimmer gehen.« »Wir wisst, die Abfangerrakete hat versagt. Die Bombe hat getroffen.« »Das ist aber auch alles, was wir hier darüber wissen.« »Es ist so...« »Wo ist sie denn niedergegangen?« »Das ist es ja gerade. Eine unbewohnte Insel im Pazifik. Spurlos verschwunden.« »Und die Echolotungen zeigen an der Stelle jetzt 280 Meter Wehrestiefe.« »Genorme Sprengkraft. Weiß man genaueres über die Bombe?« »Nichts. Ein Atompilz. Aber es gibt keine Reststrahlung. Und von nirgendwo her wird radioaktiver Vollout gemeldet.« »Übrigens, das Ding, das Trägerobjekt der Bombe soll in Russland aufgeschlagen sein, in der Nähe von Minsk.« »Ach, das ist interessant.« »Interessant, meinst du das? Wir müssen mit einem russischen Gegenschlag rechnen, wenn...« »Wenn?« »Ja. Wenn die es nicht selbst waren, dann... sind wir für die doch die Urheber.« »Ach, aber...« »Glaubst du, im Ernst, die hätten sich mit dem Gegenschlag dann bisher Zeit genommen? Mehr als eine Stunde?« »Du hast recht.« »Dann werden Sie es doch.« »Aber dann müssen wir schnellstens unsere interkontinentale...« »Verdammt nochmal!« »Und ich habe gebremst, weil ich fast alle von meiner Theorie überzeugt hatte. Das Ding sei außerirdischen Ursprungs.« »Diese Theorie stimmt. Keine Macht der Erde hätte doch so unachtsam gehandelt, nicht zu treffen. Die Bombe fiel einfach ins Wasser. Und wenn die Russen in den Wäldern von Minsk Reste des Schiffes finden, dann werden auch sie davon überzeugt sein, dass der Gegner von draußen kommt, falls die Russen daran überhaupt noch gezweifelt haben.« »Nein, vielleicht hast du recht, Norm. Aber das Schiff... Denk doch an das Schiff.« »Ja, was ist mit dem Schiff?« »Das Schiff, verstehst du? Ich kann einfach nicht an dieses Schiff glauben. Wer soll es erbaut haben und wo? Wir beobachten alles auf der Erde, was des Beobachtens wert ist. Norm, wenn man dem Radar glauben darf, war das Ding 450 Meter lang.« »Aber keiner hat es auf die Platte bekommen?« »Unsere Leute haben es immer wieder versucht, aber auf allen Fotos zeigt es sich nur als verschwommener Fleck.« »Aber woher weißt du denn, wie groß es dann war? Das Radar ist manchmal unzuverlässig. Ich wüsste zwar nicht wie, aber... na, vielleicht könnte das eine Art von Tarnung gewesen sein. Weißt du, Leroy, ich denke die ganze Zeit an die Signale im Jansky-Bereich.« »Unsinn. Es ist kein Schiff, was im All. Wir beschäftigen uns doch seit Monaten mit diesen Signalen. Wir haben sogar das zweieinhalb-Meter-Teleskop dorthin gerüchtet und alle Wellenbereiche durchprobiert. Die Stärke der Signale wuchs, aber nichts war zu sehen.« »Und als es endlich ankam, konnte man es nicht fotografieren.« »Es ist...« »Aber du sagst doch selbst, dass ihr es gewusst hättet, wenn es irgendwo auf der Erde gebaut worden wäre.« »Wo ist das Telefon? Ich muss das mit der Jansky-Signale klären.« »Sie haben aufgehört.« »Was?« »Ja, Leroy. Wir haben die Sache ununterbrochen verfolgt. Sie hörten in der Sekunde auf, als wir das Schiff in die Luft jagten.« »Das ist... Das ist doch nicht zu fassen. Warum erfahre ich das jetzt erst?« »Weil wir nichts Genaues über die Bombe wussten.« »Na... Also wäre die Sache erledigt.« »Oder?« »Selbst wenn es etwas aus dem Weltraum gewesen wäre.« »Und jetzt, nachdem der Spektakel im Jansky-Bereich verschwunden ist, kann man die neuen Signale hören.« »Neue?« »Drei verschiedene Gruppen. Aufgrund ihrer Amplitude würde ich annehmen, dass sie in zwei, beziehungsweise drei oder fünf Monaten ankommen werden.« »Norm.« »Norm, das... Das wäre ja...« »Norm, ich dachte, ihr seid auf alles vorbereitet.« »Was ist das, Norm?« »Was glaubst du, wird jetzt geschehen?« »Was denkst du würde geschehen, wenn du, sagen wir, ein Flugzeug ausschicktest, um eine fremde Insel zu erkunden?« »Das Flugzeug umkreist sie ein paar Mal und wird ohne Warnung abgeschossen.« »Was würdest du tun?« »Wir würden ein Geschwader abschicken und mit dem Bombardement beginnen.« »Ja.« »Leroy?« »Aber... Sie haben zuerst eine Bombe geworfen.« »In den Pazifik.« »Und wozu könnten sie sie geworfen haben?« »Stell dir vor, du findest im Wald einen Haufen trockener Erde.« »Du fragst dich, was das ist und steckst einen Ast hinein.« »Vielleicht ist es ein Ameisenhaufen.« »Ich würde fast sagen, dass eine Atomexplosion ein ausgezeichnetes Mittel ist, um mittels Spektralanalyse einen schnellen Überblick über die Chemie eines fremden Planeten zu bekommen.« »Aber Sie müssen doch bemerkt haben, dass der Planet bewohnt ist.« »Haben Sie irgendwelchen Schaden angerichtet?« »Und doch haben wir das Schiff abgeschossen, Leroy.« »Du kannst nicht erwarten, dass Ihnen das gefällt.« »Äh, genau.« »Im Augenblick besteht unser Problem darin. Was sollen wir tun, wenn die nächste Gruppe kommt?« »Sie werden bis zu den Zähnen bewaffnet sein.« »Du kannst ja ausrechnen, was geschieht, wenn drei 450-Meter-Schiffe auch nur ihre halbe Ladung abwerfen, sagen wir tausend Bomben.« »Dreihundert würden genügen, um diesen Planeten in eine Mondlandschaft zu verwandeln.« »Nun, unsere einzige Chance besteht darin, zu versuchen, dass wir sofort eine gemeinsame Verteidigung auf die Beine stellen.« »Bei der jetzigen Weltlage? Das sei doch nicht kindisch. Wo keiner keinem mehr traut?« »Wir müssen tun, was wir können.« »Bis bald. Ich hab dich auf den Lauf genommen.« »Endlich.« »Was ist, Chef? Noch keine Nachricht?« »Großes Schweigen. Immerhin zehn Tage.« »Leroy scheint sein Versprechen vergessen zu haben. Und derweil vergeht kostbare Zeit.« »Vielleicht hat man den heißen Draht nach Moskau benutzt und alles ist in Ordnung.« »Oder sich am Neutralen Ort getroffen hat.« »Ist möglich, aber wissen müssten wir es, um handeln zu können.« »Ich habe Leroy doch gesagt, wie schnell die Fremden nach meiner Rechnung heran sein werden.« »Anrufen. Wir können nicht immer auf ihn warten. Wir können jetzt ruhig selbst einmal Dampf machen.« »Ach, kein Mensch kennt die Nummer des geheimen Kommandos.« »Versuchst du mal über das Kriegsministerium in Washington?« »Tja. Ja, es könnte gehen. Maggie soll die Nummer heraussuchen.« »Simmons.« »Leroy, ich bin es.« »Was? Ach, Norman. Ich hätte mich heute bei dir gemeldet.« »Ja, hört zu. Wie steht es mit den Aufräumungsarbeiten in Minsk? Ich hätte gerne eine Analyse vorgenommen, sonst treten wir auf der Stelle. Haben die Russen etwas herausgerückt?« »Die Schufte. Sie haben einen Vorschlag gemacht. Ich habe ihn abgelehnt. Das Kommando hat mir recht gegeben.« »Was für einen Vorschlag?« »Sie wollen keine Probe schicken. Sie sagen, wenn wir jemanden hätten, der eine komplette Untersuchung vornehmen könnte, so sollten wir ihn nach Russland schicken.« »Aha, verstehe. Der Berg soll zu Mohamed kommen. Aber warum hast du abgelehnt?« »Der einzige Mann, der in Frage kommt, wärst du, Quatschkopf. Auch so ein Risiko können wir nicht eingehen.« »Es ist doch Quatsch. Warum denn nicht?« »Sie könnten Verwendung für dich haben.« »Aber ich kann nichts gebrauchen, was Sie mir doch zu bieten hätten.« »Darauf kommt es nicht an. Sie haben Mittel und Wege...« »Und wir haben keine Zeit mehr, herumzutrödeln. Wir haben vielleicht noch sechs Wochen.« »Hallo. Hallo, Leroy. Hörst du noch?« »Sechs Wochen.« »Ja. Pass auf, arrangiere, dass ich sofort nach Minsk fliegen kann und Material für die Analyse bekomme. Zumindest werden wir herausfinden, woraus das Schiff bestand und wir bekommen eine Ahnung davon, wie weit diese Wesen fortgeschritten sind. Bestenfalls können wir eine Abwehrwaffe finden. Sage den Russen, dass ich offen arbeiten werde. Sie können so viele Aufpasser um mich gruppieren, wie es ihnen Spaß macht. Ich werde meine Ergebnisse uneingeschränkt bekannt geben.« »Das kannst du nicht tun. Das ist genau das, was wir vermeiden wollen.« »So. Hör zu, Leroy. Ich arbeite unter militärischer Aufsicht. Aber entweder kann ich nach meinen Regeln vorgehen oder ich lasse das Ganze sein. Ist das vollkommen klar?« »Ja. Bist du sicher, dass du etwas Brauchbares bei der Analyse herausfinden kannst?« »Fast sicher.« »Ich werde mich mit dem Kommando in Verbindung setzen.« »Gut.« »Normen.« »Ja?« »Mirol?« »Du wirst uns nichts verheimlichen, ja?« »Sorge dafür, dass ich nach Minsk fliegen kann. Und schnell.« »Hauptsache, ich komme nach Russland.« »Wie lang wirst du dort bleiben?« »Zwei Wochen vielleicht.« »Wenn du zurückkommst, gib uns Nachricht, wo du landest.« »Wir werde ich schon landen. Auf irgendeinem militärischen Flugplatz. Vermutlich von EDW-Tock ab von einer Raketenstrotz und eine Eskorte begleitet. Und ein militärisches Empfangskomitee wird bereitstehen. Oder wenigstens mein Brüderchen mit einer Sondermaschine.« »Normen! Hierher!« »Gerell!« »Du denkst!« »Klettere rein!« »Dass du wieder da bist!« »Gab's denn daran Zweifel?« »Schließ die Kanzel!« »Wir fliegen jetzt sofort zur Berichterstattung zum geheimen Kommando.« »Nein, Leroy, das tun wir nicht. Du bringst mich so schnell wie möglich zu meinen Laboratorien. Jede Stunde ist jetzt kostbar geworden.« »Aber Norman...« »Ich habe dringend zu arbeiten.« »Wie du willst.« »Wie war es?« »Ich hatte meinen Spaß. Es war sehr komisch.« »Weißt du...« »Ich weiß. Krieg ist eine ernste Sache.« »Aber zuerst sah diese Geschichte wirklich ziemlich heikel aus. Sie benahmen sich, als hätte ich eine A-Bombe in der Tasche versteckt. Sie ließen mich an kein Zyklotron und in kein Labor.« »Sie meinten wohl, das hätte ich alles im Koffer mitbringen müssen.« »Es sah faul aus.« »Und dann lief mir Edgy über den Weg.« »Edgy?« »Genau. Seinen vollen Namen würdest du doch nicht aussprechen können.« »Als wir noch jung waren, tranken wir zusammen verbotenen Sherry im Schlafsaal der Universität von Virginia.« »Wir quasselten über Gott und die Welt. Ach, das war ein prima Bursche.« »Ich weiß noch, wie Edgy auf die Idee kam, dass es doch unvernünftig sei, den Schlafsaal für Mädchen als verbotenes Gebiet zu erklären.« »Er organisierte also...« »Was geschah in Minsk?« »Ach, ja, Minsk. Nun, Edgy hatte es seit dem College zu Hause weit gebracht. Aerodynamik hing ihm bald zum Hals heraus, also nahm er Kernphysik als Hobby und wurde bald eine Kapazität dafür. Natürlich holte man ihn, als sich das Schiff bei Minsk in den Grund bohrte.« »Iso natürlich.« »Wegen der Aerodynamik, denn zum Großteil behielt das Bruchstück seine Gestalt bei. Und wegen der Kernphysik, denn es war heiß. Richtig heiß.« »Er war mir eine große Hilfe.« »Übrigens, euer Radar hatte vermutlich recht. Wenn man aus der Kurve des Bruchstücks die Form des Ganzen berechnet, dann muss das Schiff an die 450 Meter lang gewesen sein, mit einem maximalen Querschnitt von 120 Metern. Schöner Brocken, was?« »Aus welchem Material?« »Es sieht aus wie dual, nur ist es härter und zäher. Es ist keine Legierung, sondern eine Verbindung. Begreifst du, was das heißt?« »Verdammt stabil besteht nur aus Elementen mit positiver Valenz. Es hält wesentlich mehr aus als der beste Stahl und kann so hohe Temperaturen vertragen, dass man sich schon gar nicht mehr drum kümmern braucht.« »Jeder Hitzeschild erübrigt sich.« »Die Atomexplosion hat es zerbrochen. Nicht geschmolzen.« »Eines ist sicher. Es ist an keinem Ort der Erde hergestellt worden. Edgy hat bei seiner Großmutter geschworen, dass das Zeug aus dem extrasolaren Raum stammt. Mindestens. Und das verkünden sie jetzt in Russland. Und das ist gut so.« »Ich habe ein paar von diesen Sendungen gehört.« »Drüben werden schon Stimmen laut, die einen internationalen Schlachtplan gegen die Unbekannten fordern.« »Das kann ein Dreck sein, uns abzulenken.« »Wovon?« »Wovon?« »Seit gestern berichten alle unsere Funkstationen, laufen über die wachsende Stärke der neuen Jansky-Signale.« »Wie du vermutet hast, es sind drei Gruppen. Wir sind jetzt sicher, dass die drei Singarquellen in V-Formation fliegen und schnell näher kommen. Viel schneller als das erste Schiff.« »Meine Theorie.« »Sie werden uns vernichten. Diesmal wird es kein langes Umkreisen gehen. Sie werden außerhalb unserer Reichweite Stellung beziehen und uns nach Gutdüngen bombardieren.« »Ich fürchte, du hast recht.« »Zum wahnsinnig werden.« »Nun, das ergibt zwei Möglichkeiten der Verteidigung.« »Was? Daran trafst du noch?« »Sie sind beide kümmerlich. Aber das Einzige, was uns übrig bleibt. Die eine ist natürlich technologischer Natur. Wir können selbst Schiffe bauen und die Invasoren im Raum angreifen.« »Ausgeschlossen in so kurzer Zeit.« »Ja, das denke ich auch. Wir können auch die Herstellung von irgendwelchen Torpedos versuchen und diese hinaufjagen. Ohne dabei zu vergessen, dass wir ja auch dort oben herum kreuzen wollen und dass unsere Raumfahrzeuge noch lange nicht so manövrierfähig sind wie die der Fremden. Wir wollen ja nicht die Beute unserer eigenen Waffen werden. Das schmeckt also nicht so ganz, was?« »Und die zweite Verteidigungsmöglichkeit?« »Ja, das ist die soziologische. Zuerst einmal müssten wir uns bis zu einem gewissen Grad dezentralisieren.« »Unmöglich.« »Wie es bis jetzt unmöglich schien.« »Und zweitens sollten wir alle, alle Völker, unsere Hirne und wirtschaftlichen Kräfte weitgehend zusammenspannen. Keine Nation kann alleine die Kosten einer solchen Verteidigungsproduktion aufbringen. Auch nicht die geistigen Kosten.« »Das heißt, keine Nation kann es sich leisten, einen ausländischen Kopf zu missachten, der der ganzen Erde helfen könnte.« »Fürchterlich.« »Ach, Leroy, auf, solche Grimassen zu schneiden, als ob du weinen wolltest. Ich weiß, was dich so betrugt. Das sieht nach dem Ende des Soldatentums aus. Aber ihr habt einen größeren Feind vor euch als je zuvor. Jetzt habt ihr etwas, was eines echten Kampfes wert ist. Jetzt müsst ihr planetarisch, galaktisch, sogar kosmisch denken.« »Ich, äh, ich wünschte, ich könne mit dir darüber streiten. Aber es gibt keine Rettung. Die Welt wird niemals die unbedingte Notwendigkeit einer Zusammenarbeit anerkennen.« »Es sei denn, ihr lockert endlich die Nachrichtensperre, damit jedermann erfährt, wie ernst die Lage in Wirklichkeit ist.« »Heute ist Montag, der 15. September 1980. Sie hören Nachrichten.« »Die unbekannten Flugobjekte aus dem Weltraum haben sich weiter der Erde genähert. Das unbestimmte Geräusch im Jansky-Bereich ist nach Auskunft der Radioastronomischen Institute einem deutlicheren Ton im Bereich von 60 MHz gewichen. Nach wie vor ist eine optische Beobachtung unmöglich.« »Die Radarschirme zeigen lediglich einen trüben Fleck, die Radarechos kommen unscharf zurück.« »Experten äußerten allerdings die Ansicht, das Objekt gleiche in Größe und Form jenem ersten Schiff, aus dem seinerzeit die Atombombe trägt.« »Heute ist Freitag, der 3. Oktober 1980. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit nähern sich die fremden Flugobjekte der Erde. Indessen hat die dichte Folge internationaler Konsultationen erste Ergebnisse gezeitigt. Die Diskussionen, ob und wie die Erde verteidigt werden soll, sind der festen Überzeugung gewichen, dass die Erde verteidigt wird. Aus aller Welt treffen Meldungen über neue Forschungsergebnisse ein. Ein sowjetischer Wissenschaftler gab bekannt, ihm sei ein entscheidender Durchbruch zu einer Antigravitationstechnik gelungen. In Denver werden sich morgen Forscher aus allen Wissenschaftsnationen zu einem Symposium... »Wie soeben bekannt wird, haben auf Anregung Sowjetrusslands und der USA die in Warschau versammelten Bevollmächtigten sämtlicher Weltstaaten, einschließlich Chinas, eine Welthandelsorganisation gegründet, die alle Rohmaterialien und Fertigprodukte kontrollieren und für ihre gerechte Verteilung...« »Die kürzlich gegründete Welthandelsorganisation hat sich bereits so ausgezeichnet bewährt, dass die Signatarmächte jetzt die Schaffung einer internationalen Weltpolizeimacht beschlossen haben, in die ab sofort alle nationalen...« »Bei der gestrigen Sitzung der Weltpolizeibehörde wurde eine Vereinbarung getroffen, die sämtliche Propagandamittel der Welt einer gemeinsamen Kontrolle unterstellt. Die Nachrichtengebung wird sich in den nächsten Wochen wesentlich auf Nachrichten über den Fremden konzentrieren. Jede Funkstation der Welt sendet von heute an das drohende, dreifache Zischen des Fremden als Kennsignal. Seit dem 15. Oktober scheint der erste Fremde feste Position bezogen zu haben. Es wird vermutet, dass die Annäherung der beiden anderen Raumflugkörper abgewartet werden soll. Aus der Abwehrforschungszentrale Oakland West verlautet, Dr. Norman Simmons stehe kurz vor dem Abschluss seiner Arbeiten an einem völlig neuartigen Abwehrwaffensystem. Gegenwärtig informieren die Forscher, Experten des strategischen Kommandos. Du siehst, Leroy, es ist nur ein Notbehelf, aber es könnte genügen, gerade noch. Ein Satellit, sagst du. Seiner Walzenform erinnert mich eher an ein Klein-U-Boot. Ja, ein Transport-Satellit. Er ist mit Richtungssuchern ausgerüstet und bis zum Bersten angefüllt mit kleinen Atomraketen. Er soll zwischen der Erde und den fremden Kreisen sie ständig anpeilen und uns die Informationen übermitteln. Sobald eines der Schiffe einen Torpedo oder dergleichen abfeuert, wird uns das sofort gemeldet. Der Satellit wird ihm eine Luft-Luft-Rakete entgegenschicken und inzwischen können wir von der Erde aus größere Abfangraketen auf Kurs gehen lassen. Wir haben 27 dieser Satelliten im Bau. Ich schlage vor, drei Gürtel von ihnen zu schaffen in jedem neuen Stück. Erst du die technischen Details, nimm sie mit und studiere sie. Überzeugend. Wirklich, Norman. Ich hatte nicht gedacht, dass du... Ich meine, ich wusste, wir würden etwas finden. Wir? Ich weiß nicht, ob dir die volle Bedeutung dieses Wir wirklich bewusst ist. Die Hülle des Satelliten besteht aus schwedischem Stahl. Der Antrieb ist eine deutsche Anwendung des ungarischen Babyatomotors. Die Funkeinrichtung ist amerikanisch. Die Ortungseinrichtungen sind russisch. Und die Techniker... Leroy, ich habe noch nie einen so bunt zusammengewürfelten Haufen gesehen. All diese Männer, all diese Ideen und Materialien und all das Geld wurden in den letzten paar Wochen in der ganzen Welt zusammengekratzt. Ich dachte nicht, dass das je möglich sei. Du wirst noch fantastischere Dinge erleben, bis wir alles durchgestanden haben. Heute, am 20. November 1980, 11.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit, erschien der zweite Fremde und bezog seinen Platz am südlichen Himmel nicht ganz gegenüber dem ersten. Er hat sichtlich dieselbe Größe und ruft auf den Radarschirmen und fotografischen Platten denselben verwirrenden Effekt hervor. In der vergangenen Nacht hat der 27. und letzte der Verteidigungssatelliten den vorgesehenen Platz in der Kreisbahn erreicht. Die Erde kann endlich wieder aufatmen. Vor etwa einer Viertelstunde hat der dritte Fremde genau die von dem Physiker Dr. Simmons vorausberechnete Position bezogen, am Eckpunkt eines gleichschränklichen Dreiecks, das die Erde zum Mittelpunkt hat. In Größe und Unbestimmtheit der Konturen entspricht er vollkommen den beiden zuerst erschienenen Schiffen. Die Verteidigungschancen der Erde werden jetzt allgemein recht optimistisch beurteilt. Vor direkten Maßnahmen soll jedoch abgewartet werden, ob die Fremden überhaupt angreifen. Und nun der Kommentar. Die schweigende Drohung am Himmel wirkt weiter als Katalysator einer unerhörten politischen und technischen Entwicklung. Die vereinigten strategischen Kommandos der Mächte haben nun Aufgaben zu erfüllen, neben denen alle früheren Tätigkeiten ähnlicher Art zur Bedeutungslosigkeit verblassen. Obwohl die Logik besagt, dass der erste Schlag gegen die Erde mit ferngelenkten Geschossen erfolgen wird, sieht man sich gezwungen, tausend andere Möglichkeiten zu erwägen. Zum Beispiel Spionstrahlen. Deshalb erging Aufforderung an die Amateurfunker in aller Welt, ununterbrochen alle Frequenzen nach ungewöhnlichen Geräuschen abzusuchen. Oder mentale Beeinflussung. Künstliche Mutationsreize oder noch fantastischere Gefahren, die alle aufzuzählen hier zu weit führen würde, auf die aber jeweils über die ganze Erde hin Menschengruppen mit Spezialbegabungen oder Kenntnissen angesetzt werden. Das alles löst ungeahnte positive Entwicklungen aus in Wissenschaft, Technik und Politik, ändert aber nichts daran, dass nach wie vor die Hauptgefahr in einem Bombenangriff fliegt. Maggie? Ja? Ich brauche Sie nicht mehr. Gute Nacht. Gehen Sie ruhig nach Hause und schließen Sie ab. Und im Pförtner sagen Sie, ich sei aus dem Haus. Ich muss unten noch etwas allein arbeiten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was... Was tust du hier? Was hast du hier getan? Lass mich... Lass mir ein wenig Zeit. Es ist, als fände man jemand unter seinem Bett. Wie... Wie bist du hier hereingekommen? Normen... Normen... Ja? Ich höre. Willst du nicht sprechen? Ach, du brauchst jetzt einfach einen Ring. Bleib! Was führt dich zu mir? Ich habe dich seit Monaten beobachtet. Ich habe dich seit Monaten beobachtet. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Ich habe die Pläne des Gebäudes an mich genommen und schließlich diesen Raum hier gefunden. Ich kam dutzendmal hierher, wie ich den Drück mit der Geheimtür herausfand. Dann weißt du ja Bescheid. Ich gebe auf. Ich stelle fest, dass du nichts leugnest. Bin ich denn angeklagt? Du hast etwas mit den Freunden zu tun. Ja. Du weißt, woher sie kommen. Was sie vorhaben. Wie sie vorgehen. Du weißt alles über sie. Das stimmt. Sie haben dir Information gegeben. Sie haben dir einen Weg gezeigt. Um, äh, warte. Um die Bindungsenergie der Atomkerne auszudehnen und zu konzentrieren und so ein sich selbsterhaltenes Feld zu erzeugen. Nein. Nein. Bitte, du hast alle Formeln. Du hast tausenden von Seiten mit Notizen darüber vorgekürzt. Immer wieder schreibst du davon, als sei es bereits eine Tatsache. Ist es auch. Nur habe ich nichts von den Fremden bekommen, sondern, sondern sie von mir. Sie. Das. Das ist zu viel. Ich wusste, dass du mit dem Feind Kontakt aufgenommen hattest, Norman. Ich habe ehrlich versucht zu glauben, dass du sie nur bearbeitest, um von ihnen Informationen zu erhalten, die wir gegen sie verwenden können. Nachdem ich aber deine Papiere hier durchgesehen habe, konnte ich dir einfach nicht mehr vertrauen. Du schienst mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und jetzt sagst du mir rundweg, du hast sie mit Erfindungen versorgt, die wir noch nicht einmal kennen. Leroy, verstehe mich doch. Mein Gott, interessiert dich jetzt nichts als die genaue Uhrzeit. Allerdings. Meine Uhr ist richtig. Aber du bist doch sonst nicht nervös. Und jetzt bringt dich das Aufziehen einer Uhr aus dem Häuschen? Ach, Quatsch. Und dich interessiert gar nicht, wie ich es herausbekommen habe. Doch, 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 wenn es dir Spaß macht, dann erzähl es. Tja, an alles hast du eben nicht gedacht. Es begann mit einer Bilanz der Vorräte, die du für deine Labors angefordert hast. Es wurde mir berichtet, dass Dinge hier angeliefert wurden, die nie wieder auftauchten. Als ich das las, schrieb ich eine Anweisung, die dich von jedem Verdacht befreite und wirkte die Untersuchung ab. Ich nahm sie selbst in die Hand. Allein. Mein Gott, warum? Weil ich mich persönlich darum kümmern wollte. Für den Fall, dass ich auf irgendetwas Unangenehmes stoßen sollte. Um den Namen der Familie sauber zu halten? Das nicht gerade. Du bist zu klug. Das warst du schon immer. Ich, äh... Ich will dir was erzählen. Deinetwegen hat man mich dem Kommando zugeteilt. Anders hätte ich es nie geschafft. Das Kommando dachte, ich wäre die beste Kontaktperson. Ich konnte immer zu dir kommen, selbst wenn du alle anderen wegschicktest. Du hast mich die ganze Zeit zu lachen gehalten. Und durch mich das Kommando. Unsinn, Leu. Ich habe nur hin und wieder einige Informationen zurückgehalten. Von Anfang an hast du uns an der Nase rumgeführt. Du hast uns gnädig ein paar Informationen gegeben. Und wir haben die Welt nach deiner Pfeife tanzen lassen. Und wieso war das für dich ein Grund, die Untersuchung des Kommandos zu unterbinden? Und dich allein hinter die Sache zu kämmen? Ich kenne dich. Ich weiß, wie gerissen du bist. Du bist imstande, es selbst einem Kriegsgericht aufzureden, dich zu erschießen. Bei mir wirst du dich nicht herausreden können. Ach. Also gut, wir wollen mit dem Versteckspiel aufhören, der Reu. Es wird doch nichts übrig bleiben, als dir die ganze Geschichte zu erzählen. Stimmt es, dass du mit den Planten zusammengearbeitet hast? Ja, du Idiot. Das dürfte genügen. Aber meinetwegen fang an und erzähle, wenn es dir Spaß macht. Jetzt spielt das keine Rolle mehr. Also, zunächst einige Voraussetzungen. Ich habe getan, was ich wegen meines weinerlichen Idealismus, wie du das ausdrücken würdest, tun musste. Und es hat geklappt. Wir leben jetzt in einer geeinten Welt. Und die Fremden, diese Bedrohung, wird kaum in absehbarer Zeit verschwinden. Aber je länger die Erde im jetzigen Zustand existieren muss, desto unmöglicher wird es werden, in die alte Lebensweise zurückzufallen. Und warum sagst du nichts? Ich höre. Ich will dir sagen, was passieren wird in der nächsten Zeit. Die vereinte Technologie der Menschheit wird unter der Bedrohung von außen schnell weitere ungeahnte Fortschritte machen. Neue Raketenmotore werden entwickelt. Der Atom-Raketenmotor neuer Art. Zu diesem Zeitpunkt werden die Fremden wieder ihre Bomben in Aktion setzen. Das wird die Welt erneut in Panik versetzen. Aber jetzt wird man so weit sein, dass ein Raumschlachtschiff aufsteigen kann mit dem Ziel, die Fremden. Es wird einige Torpedos abschießen, die nicht losgehen und ihr Ziel verfehlen oder frühzeitig explodieren. Die Fremden werden nicht zurückschlagen. Das Schlachtschiff wird ihnen immer näher kommen und dann wird es plötzlich eine Botschaft empfangen. Eine Botschaft? Ja. Eine Botschaft in den sechs wichtigsten Sprachen der Erde. Und sie wird beginnen. Haltet an und hört zu. Hier spricht der Fremde. Warte, du sollst sie hören. Ich verstehe nicht. Dann pass auf, ich spiele sie dir vor. Das ist komisch. Eigentlich sollte das nur zu einer zukünftigen Welt gesprochen werden und nun bist du der Erste. Was ist daran komisch? Du bist die Vergangenheit. Nun hör zu, was ich zu sagen habe. Du? Ich. Der Fremde. Hör zu. Ich bin der Fremde. Es wird keinen Kampf geben. Norm. Ich bestehe aus nichts weiter als aus vier Energiefeldern und einem Geräusch im Jansky-Bereich. Jansky-Signale stammen nicht von den Sternen. Es handelt sich um eine Theorie und eine Erfindung. Die Theorie betrifft die Bindungsenergie in den Atomkernen. Die Erfindung setzt sie frei und kontrolliert sie. Grob ausgedrückt handelt es sich um kontrollierte Massenverdünnung. Die Bindungsenergie ist eine Eigenschaft der Masse. Wenn man die Elektronen und den Atomkern enger aneinanderpresst, wird sie freigesetzt oder bildet ein Feld um den Kern. Dieses Feld hat bemerkenswerte Eigenschaften. Es beeinflusst das Gravitationsfeld, es beeinflusst Licht und Funkwellen, es wirkt sich ebenfalls stark auf die Valenz aus. Nun, was ist das alles? Jetzt zum eigentlichen Bericht unserer Taten. Nachdem ich einen Weg gefunden hatte, dieses Feld zu erzeugen, war ich tagelang nahe daran, alle Unterlagen zu vernichten. Diese Kraft war viel zu gewaltig, um sie einer in Hass und Bruderkrieg verstrickten Menschheit in die Hand zu geben. Jetzt ist das gelungen. Oder ihr Raumfahrer würdet mich nicht hören. Wisst ihr, wer die fremden Schiffe sind? Drei kleine, unscheinbare Spionaugen, die wie schon vorher das erste mit einem neuartigen Treibstoff ins All gejagt wurden. Das neue BE-Feld verwischte ihre Konturen für alle elektronischen und optischen Ortungsgeräte und ließ sie so tausendfach größer erscheinen. Die Jansky-Signale waren ein bloßer Propagandatrick. Und auch das über dem Pazifik abgeschossene Schiff war nichts als ein Spionauge mit Bindungsenergiefeld. Die Bomben-Explosion war eine technische Finte, der Gegenstand, der sich bei Minsk in die Erde bohrte, nicht viel mehr als ein Theaterrequisit. Warum? Wenn euch unsere Motive interessieren, betrachtet die Erde, wie sie sich euch Raumfahrern darbietet. Geeint, mächtig, sicher vor jedem Angriff. Sendet meinen Namen, Simons, S-I-M-M-O-N-S, in Morsezeichen auf einer Wellenlänge von 28,275 Metern mit der Sendeenergie von 1000 Watt aus einer Entfernung von 15 Kilometern zu jedem der drei fremden Schiffe. Wiederholt ihn viermal. In diesem Moment wird das Feld zusammenbrechen und ihr werdet die Spionaugen entdecken. Brecht sie auf. Ihr findet darin die Aufzeichnungen aller wissenschaftlichen und technischen Details meiner Entdeckungen. Teilt sie der Menschheit mit. Verwendet sie gut. Ja. So, das war's. Warum ist das alles wahr? Du weißt es. Du hast alles miterlebt. Was hab ich bloß getan? Du hast einfach die falschen Schlüsse gezogen. Du kannst was nicht getan haben, verdammt nochmal. Meine Dinge, nicht Bionhaugen, aber was ist mit all dem, was hier unten geschah? Die Abwehrraketen von White Sands, die Entwicklung der Satelliten und all das Zeug. Ich war ja nicht allein. Ein paar zuverlässige Mitarbeiter. Dank deiner Unterstützung hatten wir genug Helfer, die nicht wussten, was sie eigentlich taten. Und wer hatte die zentrale Leitung? Wer hatte die letzte Entscheidung bei allen Plänen? Ich eben. Du. Die... Die ganze Macht. Du hättest die Erde einstecken können, wenn du nur gewollt hättest. Stattdessen... Stattdessen hat die gemeinsame Gefahr die Völker zusammengeführt. Ist das etwa nichts? Erinnerst du dich, wie wir in unserer Jugend Wells verschlangen, seinen Roman von der Invasion vom Mars? Wells? Ich erinnere mich. Ich war geflossen damals zuerst, und da zählte dir über das Wunder. Ich kam im Urlaub von der Militärakademie. Und du warst im College. Ja, mein Gott, ja. Ich weiß es noch genau, Leroy. Na, Moni. Denkst du auch noch daran, wie ich deine Kovishjacke trug, als du übers Wochenende nach Hause kamst? Ja, auch Gott. Du hast sie mir nicht zurückgegeben, und ich musste wochenlang die Zimmer der Senioren schrubben, weil ich unkorrekt gekleidet zurückkam. Aber dafür habe ich dir dann deinen grauen Militärumhang geklaut und bin darin herumgezigeunert. Was macht noch Zeichnung? Deine Kavate, meine Kavate und Kavate. Heute wirken meine Kleider, die nicht mehr passen, Digga. So glaubst du, zu kleiner. Du willst dir zu viel drauf, einen in Form zu sein, bloß weil zu viele Pfeifendeckel Menschen vor dir machen. Oh ja, da bitte. Versuch, meine Uniformjacke. Du wirst sie nicht mehr zugnaufen können. Ja, das werden wir ja sehen. Geh her. Na, was habe ich gesagt? Na, abwachten, so. Was sagst du jetzt? Die Mütze. Na, mein Labormantel ist dir aber fünf Hundert zu groß. Oh, verdammt, ist die eng. Was machst du denn mit all dem überflüssigen Stoff um den Bauch? Dunder Wetter sogar, das Koppel hast du zugeweckt. Wenn du dich sehen könntest. Ach, hör auf, Loroy. Was soll die Maske gerade? Du hast recht. Es ist verdammt hart. Sage, läuft das jetzt alles vollautomatisch so ab, wie du es mir erklärt hast? Es liefe. Aber du wirst schnell genug dafür sorgen, dass der Schwindel auffliegt und alles wieder wie früher ist. Du vergisst, dass ich der Einzige bin, der genau Bescheid weiß. Na und, was ändert das? Viel. Bleib stehen! Und wenn ich dich zusammenflagen muss, dann verlässt diesen Raum nicht. Na, nicht lebend, meinst du? Bitte, mach's kurz. Jeder hat eben seine eigenen Vorstellungen von dem, was er tun muss. Quatschkopf! Ich hätte keine Sekunde gezögert, deinen Kollaborateur mit den Fretten zu liquidieren. Er ist auch alles vorbereitet. Bleib, wo du bist, sage ich. Ja, wohl, ich hast doch keine Chance gegen mich. Du wirst hier nicht rausgehen. Draußen wartet ein... dein Mörder. Dann ruf ihn endlich ein! Du unterschätzt mich. Das sollte nicht eine Art offizielle Exekution sein. Der Mann draußen kennt auch dieses Anlänge nicht. Er hat einfach den Auftrag, oben in deinem Zimmer zu warten, bis die Geheimtür aufgeht und ein Mann mit einem weißen Kittel herauskommt. Den wird er erschießen. Er weiß nicht einmal, wer er ist. Heroin. Es halt die Mascherade, aber das ist doch alles Wahnsinn. Du kannst dich doch nicht selbst... Es geht nicht anders. Ich kann den Mann nicht zurückfeifen. Es ist nur ein Funksignal verabredet. Und das hat ihn herberufen. Als ich vorhin meine Armanduhr aufgezogen habe, ging das Signal raus. Aber jetzt folgt der Mann wie ein Automat seinem Befehl. Mach's gut, Dicker. Jawohl, lässt mich! Läscht mich doch! Nackt dich zusammen, wenn's ein Muss! Läscht mich doch! In der Heideberger Reihe Science Fiction als Radiospiel hörten sie »Der Fremde« von Walter Knaus, frei nach der Erzählung »Einigkeit macht stark« von Theodor Sturgeon. Die Sprecher der Hauptrollen waren Dieter Borsche und Konrad Georg. Ton und Technik Alfred Pape und Ute Rosen. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Die Sprecher der Hauptrollen waren